Glückwunsch, Yana, freigeschaltet? Aha. Aber schön, dass Ubisoft wieder Lust hat, dass man das Regenbogenspiel spielen kann. Das ging die letzten beiden Tage nicht. Zumindest nicht zu den Zeiten, als ich spielen wollte, aber erst einmal. Hallo derseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Stimmt ja gar nicht. Ist hier noch ein Schloss davor? Fängt ja gut an, Ubisoft lügt. Wenn ich Sau haben kann, warum brauche ich dann noch jemand anderen? So ist es ja nun auch wieder nicht, aber... Passt schon. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Spiel mal wieder Emerald. Die werden oben sein. Die sind zu Beginn immer oben, wenn man die Wahl hat. Sind wir ja auch. Ah, oben. Hinten beim Büro. Jäger. Hm. Fragezeichen noch. Warte, ich hab' ich gucken, ist nicht... Irgendein Wetter hier dann. Oh, das spüren, oder? Ein Fragezeichen, wenn das mal nicht die Taina ist. Kombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Das waren zwei. Hm, warren. Alle Außenkameras kaputt. Ah, die vier Schuss, die werden wir vielleicht noch übel mitspielen. Deswegen schnell nachladen. Wehe, hier lauert jemand. Wuch. Hier ist jemand zu hören. KW Kapkan. Nein, Kapkan. Scheiße. Etwas zu spät geguckt. Das ist jetzt riskant, was ich mach'. Ich muss hier weg. Ich wollte hier rein. Der weiß, dass ich ja oben hänge. Ich kann rausspringen und nach oben gucken. Ich glaub, dann stirbt er aber. Ich schmeiß irgendwie plötzlich hier. Das... Kapkan ist hier. Das will ich eben nicht... Der muss jetzt woanders hin. Der muss von dem Fenster weg. Habe ich ihn aber gut beschäftigt. Und die haben gut mitgespielt, meine Kollegen. So dass er... Blöd stand. Wo ist er gestorben? Okay, weit weg. So, kann ich sperren gucken. Und nach Kapkans Ausschau halten. Der Schäfer dürfte bald fertig sein. Halber Kreis noch. Das LMG-E könnte eliminieren. Wenn's treffen würde. Aber das liegt am Schützen. Das LMG-E eliminiert. So trifft man sich wieder, Kapkan. Das LMG-Eiquen. Untertitelung. BR 2018 Oh, der hätte beinahe einen Ace gemacht, der jetzt noch gespielt hat. Hat er im Endeffekt noch gelebt? Er ist gestorben. Dann habe ich nichts weggenommen. Tu schon wieder. Schade. Er ist einidentifiziert, das gibt es ja nicht. Da ist schon wieder Kapkan. Aha, am Fenster hat er was eingebracht. Können wir doch mal kurz gucken, wo? Nach rechts gucken, bitte. Bitte mal nach rechts gucken, aufs Fenster. Oder da an der Tür. Ich gucke, wenn ich am Fenster reingehen sollte, lieber am Fenster nach. Bevor ich da rein düse, versprengen habe. Zwei Kameras schon weg. Das wäre es. Die beiden gucken rein, gehen weg und dann werde ich umgebracht. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Das war Kapkan. Das ist auch der einzige Entdeckte. Der war vorher schon entdeckt. Der hat jetzt umgebracht, also hat er umgebracht. Ah, Assami. Irgendwas habe ich zerschossen. Oh. Drohne. Schon wieder angeschossen. Schon wieder angeschossen. Ich hoffe, sie stirbt noch. Oh. Das war Störsinn, der Mann. Muss man nachladen. Hälfte der Energie verloren. Was machen die denn da unten in der Küche? Kommt schon Räucher geworden. Zwei angeschossen. Da ist auch ein dritter Kapkan. Warum sind die denn so dritt unten? Weil der Entschärfer da ist. Oder was? Eine Assistierung. Kapkan ist weg. Geht auch. Störsinn, der Mann. Ich gehe mal hinten rein. Sehr schön. Da fehlt der Mittelpunkt. Dann. Musik Ihr müsst eure Drohne vergrenzen, um eine Bombe aufzuspüren. Ich bin gewöhnlich auf der Seite zu sein, aber halt nochmal sicher gehen. Wobei, ist gar nicht so weit weg. Die können immer nach oben sein, da werden sie bestimmt sein. Vielleicht doch was. Der schon wieder. Was ist das? Jäger, Asami wieder, Westenmann. Lass das, lass das, lass das, lass das, bitte lass das. Den kommen wir nicht runter. Was für ein Arsch. Da ist Holz. Er hat gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Halt nach anderen Ausschau. Er hat so standen, immer aufs Fenster gucken. Da könnte ja jemand rausgucken. Und wenn man da nicht drauf... ...guckt, könnte man erschossen werden. Das hat mir jetzt nicht viel gekostet, trotzdem. Ich sag's auch noch. Jetzt geht das Spiel hier unten weiter. Ich glaub, diesmal werden sie sich hier eher verdrücken. Ich glaub nicht, dass das wie in der letzten Runde hier ein ewiges Spiel wird. Vielleicht auch, weil wir gleich sterben. Ich halte mich jetzt nicht so lange hier auf. Die Laune auf jeden Fall wieder an der Treppe. Vielleicht eben auch... ...oben, wo ich rein will. Deswegen geh ich hier nicht rein. Deswegen geh ich etwas weiter hinten rein. Aber die sind hier nicht. Keine Minder hier, bestimmt nicht. Hier ist jemand zu hören. 1.50 noch. Wir sind nur noch zu zweit gegen 3. Ich guck, der ist weit weiter gelaufen. Sehr schön. Der Schärfer ist weit weg. Der ist draußen, oder? Ich geh zu meinem Schärfer. Jäger soll da sein. Ich packe die da auch hin. Ist der drin? Der ist drin. Scheiße. In diesem Büsch ist das Fenster, ne? Ah, gar nicht mal so schlecht. Ah, das war schlecht. Wie mich das nervt. Das will ich mir gar nicht angucken. Ich weiß, dass es schlecht war. Was flog da denn? Eine brennende Drohne. Deshalb komme ich aus. Bug ist nicht beim Entschärfer, der muss beide umbringen. Das wird sonst nichts. Schaffst du, Bug? Vorsicht, Zugang sperren. Er wird einfach reinrennen wollen, weil keine Zeit mehr. Zugang sperren, Zugang sperren, Zugang sperren. Es bleiben noch fünf Sekunden. Zeigt sich nicht. Oh, er war zur Linken. Zeit abgelaufen. Ah, schade. Naja. Was wird er denn damit jetzt sagen? Mit den vielen Fragezeichen. Hat er da noch irgendwas geschrieben? Pff. Mach gleich mit. Ne, jetzt ist es doof. Unten hat er auch jemanden umgebracht. Der Bug. Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Wo gehe ich denn hin? Ich gehe, glaube ich, in den Nebenraum. Ich habe jetzt eh Zeit zum Lesen. Ich muss ja eher... Na, lass das doch. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich dem Bug halt nicht zugeguckt habe. Er ist bestimmt eher gestorben. Vielleicht ist es berechtigt, vielleicht aber auch nicht. Nur noch zehn Sekunden. Neue Übertragung aktiv. Noch fünf Sekunden. Schön, da aber nicht gesittet Diskussion zu sein. Ach, dies ist gerade frisch angebracht worden. Aber dieses erst mal 5000 Fragezeichen reinballern, womit niemand was anfangen kann. Ich sollte aufpassen, dass hier jemand rein kommt. Sieht gar nicht aus wie Obsidian. Sieht eher aus wie was Weißes. Die Waffenbemalung. Das Licht macht es gerade möglich, dass das so erscheint. Oder eher hier. Helle Pappen. Sieht nicht gut aus für uns. Na, Zugangssp... Äh, Lesionmine, oder? Na! Jemand könnte neben mir am Fenster stehen. Da sieht man mich zum Glück nicht. Aber die könnten mich gehört haben. Von da drin ist aber ungünstig. Als der verletzt ist, muss ich hier bleiben. Kein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Hm, hatte nicht mehr viel Energie. Mist! Nur noch ein Gegner übrig. Wer ist es denn? Ein Fragezeichen noch, ein Fragezeichen noch. Ist bestimmt schon drin. Die bescheiden sich gerade. Schon. Die hat er nicht mehr für die Brava. Jetzt weiß ich nicht, was da... Moment, hier ist ein Schieberegner, was da vorgeschrieben wurde. Typ, das ist... Taktisch Standard, als wäre das weniger wert. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das nochmal durchlesen können. Gibt gerade Wichtigeres. Aber ich musste gerade... Ich habe den Kontext gerade nicht verstanden. Gerade daran denken, wie einige schreiben. Warum soll ich mich hier anstrengen? Ist ja nur nicht der höchste Spielmodus. Ist doch scheißegal, ob das der niedrigste... Der in Anführungszeichen niedrigste ist... Oder mittel oder der höchste. Und kann ja trotzdem ordentlich spielen. Wobei, jetzt ging es, meine ich, glaube ich, nicht ums nicht ordentlich spielen. Aber habe ja auch schon oft erlebt, dass die halt einfach nur scheiß machen. Weil sie sich sagen, ist ja nur der nicht höchste Spielmodus. Ah, eine Verstärkung. Damit wir noch mal... ...verteidigen sollten. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ja, in den nächsten zwei Runden spiele ich dann vielleicht jemanden, der im Raum bleibt. Meine eine Verstärkung, das ist nichts. Zwei Kameras kaputt. Der Exacte. Der Surek. Aber der ist ein, was ich schon gesagt. Ach, wo ist er. Ich verleально. Das war's. In der Situation. Ich war's. Der ist schmerz. Ich war's. Nichts. Ich war's. Die Monika Ups, das ist wirklich reif Was? Jetzt Warum wurde das gerade abgebrochen? Drei, alle drei da hinten Noch zwei Weit auf dem Weg nach oben Claymore Kein Jackal Können wir da bitte zu machen? Hat Oryx gerade gegen die Wacht geschossen Oder war das das draußen? 1,40 noch Es könnte sich durchaus noch woanders hin begeben Keine Ahnung, wo der Entschärfer liegt Habe ich den übersehen? Ich komme zu hier an Wenn es auf dem Dach ist Dann könnte es ja hier hinten rein wollen Es wird nicht mehr woanders rein wollen, schätze ich Oryx ist ja nicht woanders Jetzt ist er wieder bei der Bombe In der Bomben In Bomben näher Ich höre auch gerade kein Geck und die ist womöglich nicht an diesem Fenster Ich gehe mal zwischen die Bomben, dann höre ich was Hier hat eine Claim aufgestellt Die ist ja in der Außenwand Könnte also gleich zum Fenster kommen Hier ist offen, oder? Ist doch hier drin Gegner eliminiert Mission Erfolge Ich gehe doch wieder Streuen an Werden die ganze Zeit geschrieben So etwas kritisierend Der Ken, oder? Ne, der Bix Ist der Bix gut? Ich muss erstmal weg Bix könnte letzter sein, oder? Ich gucke gleich Ja Also wenn ich heißen muss, dass er nutzt, das ist Er hat immerhin viel umgebracht Und wer weiß, wie er halt Punkte gesammelt hat Aber der MR hat ja auch noch geschrieben Falls wir das noch nachvollziehen wollen Und ich blende mal den ganzen Chat ein Dann kann man mal kurz jeweils anhalten und gucken Vielleicht will ich es mir am Ende auch nochmal durchlesen Ist ja kein absolutes Gemecker Es ist schon nur noch 5 Sekunden Ordentlich geschrieben, wie ich finde Abgesehen von den vielen Fragezeichen Aber so schlimm war das auch nicht So, die gehen da eh wieder drüben rein Ich bin den falschen Weg gegangen Da ist was Nicht kaputt machen Glass in Maverick Ist hier was? Oh, hier ist noch Was? Ich bekomme Besuch Ich freue mich Nein, Lesion, das ist mein Futter Meine Beute, geh weg Auf die eigene Da sind zwei Vielleicht ist es doch besser, dass wir hier zu zweit sind Jetzt wissen die, dass wir hier sind, weil die Anrufen Weil die Mine Lärm gemacht hat 3 gegen 4 Können wir zum Fenster gehen Sehr gut 3 gegen 2 Hier ist wohl keiner mehr Er ist wieder irgendwo draußen hocken Entschärfer hier oben Schön Dann machen wir hier oben zu Er kann gleich nichts machen Er hat nämlich nichts zu machen Spenden wir uns hier ein Dann muss er anfangen Gegner eliminiert Mission erfolgreich Schade, er wollte die Türen zumachen und mich hier oben mit dem Ding verbarrikadieren Und noch verstärken Hört er noch Mir hat das Team gefallen Hat er noch was geschrieben? Nichts Neues Das Gegner Team war auch in Ordnung Jetzt habe ich noch zwei übrig Warum? Warum? Warum ist Ich muss noch einen Warum kann ich Komm ich Da nichts vergeben Keine Tüte Nicht schlimm Vielleicht beim nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschau tschüss Tschüss